Wir wollen uns jetzt noch über das Zeitverhalten linearer Bauelemente unterhalten. Das heißt, wenn wir leistungselektronische Schaltungen analysieren, brauchen wir aus der Grundlagen-Elektrotechnik heraus ein gewisses Verständnis, wie sich Ströme und Spannungen an den linearen Bauelementen verhalten. Deswegen wollen wir kurz angucken R, L und C. Die idealen Bauelemente, der ideale Widerstand, ideale Induktivität und der ideale Kondensator. Wir werden bei allen unseren Anordnungen Verbraucherzähl-File-Systeme benutzen für diese Elemente. Das heißt, hier die Spannung U, R am Widerstand in Richtung des Stromes I, R und analog dazu bei der Induktivität der Strom I, L in Richtung der Spannung U, L und bei der Kapazität die Spannung U, C in Richtung des Stromes I, C. Da haben wir gelernt, am ohmschen Widerstand gilt das ohmsche Gesetz. Das heißt, wenn wir hier sagen, die Spannung U, R hängt für, Achtung, Momentanwerte zusammen mit dem Strom über dem Proportionalitätsfaktor R. Das heißt, U, R ist gleich R mal I, R, beziehungsweise wenn wir nach dem Strom auflösen, I, R ist gleich U, R durch R. Für die Induktivität kennen wir, wenn wir die Spannung darstellen wollen, die Grundgleichung U, L ist L, D, I, L nach D, T. Das heißt, an einer Induktivität entsteht bloß ein Spannungsabfall, wenn der Strom sich ändert. Ein Gleichstrom hingegen verursacht an einer idealen Induktivität keinen Spannungsabfall. Das heißt, für Gleichströme ist die Induktivität ein Kurzschluss. Das können wir jetzt auch auflösen, um sozusagen den Strom zu berechnen. Wenn wir das machen, kriegen wir raus, I, L von T, also das heißt, der zeitabhängige Stromverlauf wird sein, 1 durch L mal das Integral von einem Betrachtungszeitpunkt T0 bis zur Zeit T über U, L von Tau, D, Tau plus einem Anfangswert I, L von T0. Das heißt, hier die Induktivität integriert, wie man sagt, die Spannungszeitfläche auf, wird aufmagnetisiert, wenn der Strom erhöht wird. Das heißt, wir müssen eine positive Spannung beispielsweise an die Induktivität anlegen, damit mit der Zeit der Strom an dieser Stelle zunehmen kann. Beim Kondensator kennen wir für die Spannung eine ähnliche Beziehung, können wir angeben. Das heißt, hier können wir die Spannung angeben, UC ist an dieser Stelle 1 durch C mal das Integral von einem Anfangszeitpunkt T0 bis T über IC von Tau, D, Tau plus den Anfangswert der Kondensatorspannung zum Zeitpunkt T0. Das heißt, hier kann man sich vorstellen, der Kondensator sozusagen sammelt die Stromzeitfläche ein und die Stromzeitfläche entspricht einer Ladung und je größer die Ladung auf dem Kondensatorplatten ist, desto größer wird auch die Spannung zwischen diesen Platten sein. Oder wenn wir das jetzt auflösen nach dem Strom, kriegen wir für den Kondensator IC ist C mal DUC nach DT. Das heißt, diese Beziehung sollte man im Kopf haben, wenn wir mit diesen linearen, idealen Bauelementen arbeiten. In vielen Fällen werden wir Schaltungen modellieren mit diesen idealen Komponenten. Nicht-Idealitäten werden gegebenenfalls ergänzt, dass wir zum Beispiel eine reale Induktivität als Serienschaltung aus einer idealen Induktivität und einem Widerstand modellieren, als erstes Modell, was auch noch sehr vereinfacht ist und so weiter. Jetzt wollen wir uns noch kurz über Leistung und Energie unterhalten. Beim Ohmschen Widerstand wissen wir, das ist ein Verbraucher elektrischer Leistung. Das heißt, die mittlere Leistung, wenn wir hier periodische Zeitverläufe haben, wird größer als Null sein. Hingegen Induktivitäten, Spulen und Kondensatoren werden eine mittlere Leistung von Null haben. Das heißt, die Speichernenergie werden aber keine Wirkleistung umsetzen. Und als letztes die Energiespeicherung. Der ideale Widerstand speichert keine Energie. Induktivität und Kapazität hingegen speichern magnetische bzw. elektrische Feldenergie. Bei der Induktivität gilt, Achtung für die Momentanwerte, WL ist gleich 1,5L mal IL². Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt an dieser Stelle eine Energie der Induktivität zuweisen, die eigentlich tatsächlich im Magnetfeld der Spule gespeichert ist. Und für eine Kapazität wissen wir, die Energie im Kondensator und Kapazität ist 1,5C mal UC². Auch hier gilt das für beliebige Momentanwerte. Jetzt wollen wir an dieser Stelle diese Beziehung einmal anwenden in einem Beispiel. Das heißt, wir wollen uns jetzt mal angucken, einen Stromverlauf und dann schauen, wie diese einzelnen Bauelemente reagieren. Das heißt, wir nehmen jetzt an, ich habe hier an der Stelle irgendwo eine Stromquelle, so trapezförmig. Nehmen wir an, hier so zum Beispiel, das nimmt so zu. So ein Maximum nimmt dann hier ab, auf einen Minimalwert. Das sei irgendein Stromverlauf I von T. Und jetzt wollen wir für die unterschiedlichen Bauelemente hier an dieser Stelle die entsprechenden Zeitverläufe der Spannungen ableiten. Das heißt, hier steigt an auf einen Wert I0 von 0 bis T0 bis zum Zeitpunkt T1 bleibt die Spannung gleich. Und dann bis zu einem Zeitpunkt T2 sinkt die Spannung wieder ab. Und jetzt betrachten wir drei Fälle. Das heißt, wir haben jetzt hier zunächst den Widerstand und schauen uns jetzt an, welche Spannung UR entsteht jetzt, wenn dieser Strom I hier durch diesen Widerstand fließt. Und dann wissen wir, tatsächlich hier in diesem Fall gilt das Ohmsche Gesetz. Ich muss also gar nicht viel rechnen. Ich kann einfach abzeichnen an dieser Stelle, der Spannungsverlauf wird in diesem Fall identisch sein zu dem Stromverlauf, nur die Momentanwerte sind jetzt skaliert anhand des Ohmschen Gesetzes. Das heißt, ich kriege hier einen Maximalwert der Spannung R mal I0. Ansonsten komplett identisch zu dem Verlauf des Stromes. Das ist also das Zeitverhalten an dieser Kapazität, an diesem Widerstand. Jetzt wollen wir uns noch anschauen, wie sieht das bei der Induktivität aus und beim Kondensator. Das heißt, hier als nächstes wollen wir die Spannung UL bestimmen, wenn wieder dieser Strom I dort durchfließt, den wir hier oben gegeben haben. Und dann erinnern wir uns an die Grundgleichung der Induktivität. Wir hatten dort gesagt, okay, UL ist L mal DIL nach DT. Das heißt, ich werde bloß dann einen Spannungsabfall UL von T kriegen, wenn sich der Strom ändert. Das heißt, nur in diesen Intervallen zwischen 0 und T0 und zwischen T1 und T2 werden wir einen Spannungsabfall an der Induktivität kriegen. Jetzt wird es so sein, ich kriege hier eine positive Spannung, weil ich eine positive Spannungsänderung habe an dieser Stelle. Wir könnten sagen, den Maximalwert bestimmen. Das heißt, dieser Maximalwert, wenn wir den ausrechnen, wäre L mal I0 durch T0, hier eingesetzt. Und dann kriegen wir an dieser Stelle keinen Spannungsabfall, solange der Strom sich nicht ändert. Und hier in diesem zweiten Intervall kriegen wir dann an der Stelle eine negative Spannung über der Induktivität. Die müsste aber hier doppelt so groß sein wie die Spannung im positiven Fall. Warum? Wenn das jetzt maßstäblich wäre an dieser Stelle, hätten wir hier sozusagen die Stromänderung, die doppelt so groß ist. Und damit nach dem Grundgesetz der Induktivität hier eine doppelte Spannung. Weil aber der Strom abnimmt, haben wir eine negative Endung, damit eine negative induzierte Spannung. Gut, und als letztes schauen wir uns dann an die Zeitverläufe bei der Kapazität. Das heißt, wenn ich hier die Spannung UC betrachte und hier denselben Strom I wieder durchfließen lasse an dieser Kapazität, dann wollen wir uns jetzt angucken, wie sieht das hier aus. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, wir wollen es jetzt bloß mehr oder weniger qualitativ darstellen. Tatsächlich gehen wir nochmal kurz zurück. haben wir hier eine Zunahme des Stromes, aber an der Kapazität müssen wir an dieser Stelle integrieren über den Stromverlauf, um den Spannungsverlauf zu kriegen. Das heißt, tatsächlich wird folgendes passieren. Ich werde eine parabelförmige Stromzunahme kriegen. Jetzt müssen wir aufpassen, Achtung, ein Kondensator lädt sich auf, beginnend von einem Anfangswert. Den kenne ich nicht. Das heißt, ich kann sozusagen nur die Änderung der Spannung bestimmen, wenn ich den Stromverlauf kenne, aber nicht den Absolutwert. Das heißt, sagen wir, wir fangen hier irgendwo bei einem Wert UC von 0 an. Dann wird jetzt hier diese Spannung bis zum Zeitpunkt T0 parabelförmig zunehmen an dieser Stelle. Danach werden wir hier einen konstanten Abschnitt haben zwischen T0 und T1. Heißt, dass die Spannung am Kondensator linear zunimmt, wenn wir das integrieren. Oh, etwas zu weit. Nimmt hier also linear zu. Und dann ab dem Zeitpunkt T1 werden wir an dieser Stelle noch eine weitere Zunahme der Spannung kriegen, weil der Strom weiterhin positiv ist. Also es fließt weiterhin positive Ladung auf den Kondensator drauf. Es wird wieder quadratisch sein. Und man könnte es jetzt ausrechnen, dass hier wird ein Verlauf sein, der auch wieder so eine Parabel irgendwo darstellt. Das hier wird es irgendwie sein, proportional minus T minus T1 Quadrat wäre es darstellen. Das hier wird proportional sein zu T. Eigentlich T minus T0. Und das hier wird proportional sein zu T Quadrat. Und damit haben wir dann ganz grob die Spannungs- und Stromzeitverläufe für diese unterschiedlichen Elemente hier mal ermittelt. Tatsächlich sollten wir das im Kopf haben, wenn wir mit leistungselektronischen Schaltungen arbeiten. Noch eine ganz kurze Anmerkung. In der Leistungselektronik betrachtet man hin und wieder Induktivitäten und Kapazitäten für kurzzeitige Ereignisse als Stromquellen oder als Spannungsquellen. Woran liegt das? Das liegt an diesen beiden Integralbeziehungen, wenn wir uns die angucken und sagen, die Zeitdauer Delta T minus T0 ist sehr klein. Dann wird dieser erste Term vernachlässigbar sein und damit wird der Strom auf seinem konstanten Wert zum Anfang des Betrachtungszeitpunkts bleiben. Also entweder, wenn die Zeitdauer sehr klein ist oder wenn der Induktivitätswert hier sehr groß ist. Das ist dann das gleiche natürlich für den Kondensator. Das heißt, in den Klammern werden wir sagen, entspricht das für kurze Zeiten, das heißt Delta T gegen 0 an dieser Stelle, entspricht das einer Stromquelle und der Kondensator entspricht einer Spannungsquelle für Delta T gegen 0.